Herzlich Willkommen zur Smart Beach Challenge. Also ich habe über diesen komischen Käfig schon sehr sehr viel gehört. Unter anderem, dass sich sogar Olympiasieger dabei ein bisschen schwer tun. Ich kann mir das nicht vorstellen, das ist natürlich so ein Hightech-Endgerät. Aber ganz im Ernst, dieses Ding da in die kleine Karre zu kriegen, wenn ich das nicht schaffe, wer soll das dann sonst? So Kollege, Maschine ist heiß! Drei, zwei, eins! Äh, ja, ich nehme das zurück. Mach mal! Minus zwei von acht! Okay Julius, jetzt wird es ernst! Deine Challenge beginnt! Also ich habe fünf Versuche, davon mache ich drei rein, mindestens! Okay, gucken wir mal! Ja, ja, ja! Wieder drin, ich treffe auch einfach Jubi! Nein! Eins! Ja! Hab der drauf? Hab der... Der war drin! Die Frage ist ja, nicht wie viel ich schaffe, sondern wie viel schaffst du? Smart! Jetzt wird es nicht gefällt! Ja, wir haben es nicht nur noch einen Hightech-Endgerät.